Und willkommen zurück hier in Minecraft. Wir sind immer noch am Erforschen. Wir gucken uns gerade alles mögliche an. Die Treppen haben wir uns schon angeguckt. Aluminiumbusch geht nicht. Gucken wir uns auch ein Bett an. Am Bett hatten wir uns schon angeguckt. Also geht es gerade nicht. Vielleicht brauchen wir noch was anderes. Vielleicht sollten wir aber auch erstmal warten, bis die ganze Liste da abgearbeitet ist. Und machen so lange was anderes. Denn irgendwie auch nichts kann hier gelernt werden. Okay. Am Bett kann nichts gelernt werden. Um dies zu verstehen, musst du Dinge, die Einfangen studieren. Einfangen. Was auch immer Dinge sind, die man einfangen kann. Ja. Krass, die Witze. Kohle hatten wir auf jeden Fall noch nicht riskant. Bärenstein. Haben wir eine Falle bekommen. Und das ist doch bestimmt, was man noch einfangen kann. Eine Falle. Beim Ei haben wir auch noch was Neues bekommen. Was ich gerade gar nicht weiß, was das ist. Die kann nichts gelernt werden. Wahrscheinlich. Limos haben wir entdeckt. Und Winkel. Das war jetzt hier. Das Zinnkies. Und auch gleich wieder noch was. Der Haufen kann nichts gelernt werden. Nahrung. Wahrscheinlich vielleicht Brot-Nahrungsmittel. Mal den Brot bauen. Spinner. Wo war die Spinner? Ich hörte sie, aber man sieht sie nicht. Sie ist scheinbar um... ...und so. Oh, das ist beim Bienenkropb konnte was gelernt werden. Haben wir Rüstung bekommen. Also es gibt noch sehr viel zu lernen. Zuckerrohr, Sand. Zuckerrohr nehmen wir auch gleich nochmal wieder ein bisschen was mit. Gehts. Gehts. Gehen wir jetzt einmal zurück. Und da haben wir auch noch die Gier bekommen und Essen, Nahrung glaube ich. Das heißt, wenn wir jetzt ein Schwein hätten, könnten wir das Schwein auch nicht machen. Aber ich sehe gerade keine Schweine. Nur Schafe. Und wir haben einen Blob gefunden, den wir bauen. Den müssen wir mal erledigen. Aber erstmal gucken wir mal den Blob. Ne, der kann nicht verleeren werden vom Blob. Aber wir müssen sie erledigen, den blauen Schleim. Da kommen nämlich Schleimbälle raus und die werden wir auch noch gut gebrauchen können. Mein essbarer Schleim. Ein wenig. Oder hier. Oh, da haben wir zum Beispiel auch sowas. Nodi ist da drin. Dunkelheit haben wir hier drin gefunden. In dieser Nodi. Hier wollen wir. Die. 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 Es wird auch schon wieder dunkel und es sieht leider kein Schein. Da aber. Mal gucken ob das Raum funktioniert. Jetzt habe ich einen Tintenfisch. Der bewegt sich. Jetzt habe ich einen Tintenfisch. Das Gebiet ist an sich auch gar nicht so schlecht da hier keine Monster drin spawnen aber ich finde es nicht so schön. Wir gehen aber wieder zurück. Feuerpilz. Hier. Das geht nicht. Oh. Zombie. Ach Zombie wäre auch ein Mensch gewesen und tot. Ich frage was man vorher gebraucht hätte. Creeper braucht man Waffen für. Okay. Okay. Noch einmal. Mauer. Ich meine Schwer oder so. Normales Steinschwert. Aua. Ah nein noch ein Creeper. Spendekon immerhin. Es wird aber auch gerade dunkel deswegen lieber schnell nach hause. Es ist ja schon dunkel. Mal schlafen wieder. Also wir haben Fleisch. Ist Fleisch was zu essen? Man weiß es noch nicht so genau. Schleimbau tun wir mal hier mit hin. Auch das Holz kann da wollen wir nicht mal hoch rennen. Das Fleisch tun wir gleich nochmal hier rein. Ah. Wir brauchen vor allem auch wieder mehr Sprit. Den bräuchten wir auch unbedingt so eine Bank. und auch unbedingt mehr Redstone. Wenn wir hier erstmal eine magische Kiste draus machen. Nehmen wir hier Zucker holen Papier. Diese Dinger auch mit rein. Wir brauchen aber auch ein. Das Papier brauchen wir eigentlich hier drin. Das tun wir hier noch mit rein. Das Buch. Und den magischen Stab. Und wir müssen uns angewiesen, um den magischen Stab immer mitzunehmen, um ausgerüstet zu haben. Also hier eine Leiste. Wir müssen eigentlich auch sich mal voll saugen. Wenn wir Tiere kaputt machen. Wenn wir da was bekommen, was wir vorhin haben. Wenn wir da was bekommen, was wir vorhin haben. Wenn wir da noch nicht hatten. Da guck mal so hätte man Intelligenz bekommen. Fantastisch. Gut zu wissen. Aluminium werden okay. Und dann ab. Einmal die Ereignisse. Und dazu ab. Wftle auf. Das ist schon so leicht. Wir brauchen gut ab. Tauben hier auf. Die Ereignisse. Das ist auch immer so leicht. igue hier. Und der Ereignisse. Töne. Das ist so leicht. das ist natürlich die frage warum mache ich das überhaupt das werde ich euch abbauen oder sowas war auch schon neu der meister geht bestimmt nicht meister geht so wer hätte das gerne die leitung selbst leitung schreibt alles aus dem inventar soweit pfeile kann man nochmal also es gibt noch vieles was man machen kann hier behalten wir das ist stein schwarzpulver steinscherbe kohle zombie hund würde bestimmt auch gehen was bringt denn ein kopf geist hätte man das auch bekommen stein weg feldpulver platz haben so so das brot erst gleich erstmal auf als erstes schwarzen energileitung hellgrüne steine die feder die werden können unten mit rein, die brauchen wir ja noch später, so genau und die energieleiter das tun wir mal hier mit rein, das müssen wir noch mal welche Maschinen bauen wir sortieren noch mal eben zu Ende Nuggets und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht und tschüss